Es ist ein harter Lockdown für alle, der mit 22. November 2021 in ganz Österreich umgesetzt wird, um die hohen Corona-Zahlen zu senken. Für 20 Tage gelten nicht nur wieder Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, sondern es werden auch große Teile des öffentlichen Lebens dichtgemacht. Schließen müssen der Handel, Restaurants, Unterkünfte, Dienstleister und auch große Teile des Kultur- und Freizeitbereichs. Ausnahmen gibt es lediglich für den Weg zur Arbeit, Schule und Supermarkt sowie für die körperliche und psychische Erholung. Entgegen des ursprünglichen Entwurfs werden auch die Seilbahnen, wie bereits im dritten Lockdown zu Weihnachten 2020, von der Schließung ausgenommen. Sie dürfen, wie alle anderen Sportstätten im Freien, weiterhin für Individualsport geöffnet bleiben. Zugang zu den Seilbahnen haben aber ausschließlich Wintersportler mit 2G-Nachweis, die also geimpft oder genesen sind. Außerdem müssen die Besucher in allen geschlossenen Liftanlagen und Stationsgebäuden, inklusive Warteschlangen, eine FFP2-Maske tragen. Ob die Liftkapazität wie im Vorjahr reduziert wird, ist bisher nicht bekannt. Restaurants und Hotels dürfen auf jeden Fall nicht öffnen und müssen bis 12. Dezember geschlossen bleiben. Das Angebot zum Skifahren richtet sich auch vor allem an Einheimische, wobei sicher auch Tagestouristen aus den Nachbarländern dabei sein werden. Für die Skigebietsbetreiber kommt die Änderung der Verordnung am Sonntagabend überraschend. Die bereits geöffneten Skigebiete, vor allem auf den Gletschern, hatten sich nach dem Ansturm am Wochenende schon auf eine 20-tägige Pause eingestellt und sich um die Rückgabe der bereits verkauften Skitickets gekümmert. Alle noch geschlossenen Skigebiete haben zudem ihren Saisonstart bereits auf Mitte Dezember verschoben und Saisonkräfte erstmal wieder nach Hause oder in die Kurzarbeit geschickt. Nun kommt alles anders und erfordert erneut enorme Flexibilität von allen Beteiligten.